... ... ... ... Der Herzog ist der wahre Terrorist. Die Kriegen werden, werden Kriege unterstützt, Waffen geliefert und Deutschland ist wiederverfahren. Die Kriege ist frei! Ah, ah, ah. Die Kriege ist frei! Heute, an dieser Konferenz, nimmt der Präsident die kolonialen und imperialistischen Regime in Wirklichkeit vertreten. Wir fordern heute, behandeln statt schießen, keine Beteiligung an Kriegen und Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Free, free Palestine! 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 Danke.